so weiter geht's mit the last of us und damit herzlich willkommen zurück 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 so weiter geht's er dadurch auch man kann sich schön bestechen mit diesen lebensmittelkarten aber zumindest wissen wir wo arbeit ist der soll wohl der ganze grundzeit für diese für diese situation die haben waffen ich gehe nirgendwo hin ohne robert ich mach dich kalt wenn du nicht umkehrst und einen hintern wegschraubt ja ja Ich weiß ja, der eine hat auch überlebt. Jetzt aber nicht mehr. Was Robert perfekt beherrscht sind, wäre Versprechungen. Machen wir dem ein Ende. Okay. Du bist schon wieder ein Stück weitergegangen, obwohl ich hier kurz gelootet habe, oder was? Okay, gut. Geh mir die Hand. Oh, elheb. Bitte. Dann geh weiter. Ich glaube, wir haben hier schon wieder... Ja. Ich sehe sie. Zwei von uns hat es erwischt, als sie Tess jagten. Ich bin sicher, dass sie und Joe hierher unterwegs sind. Jetzt wegen Robert. Scheiße. Dann können wir den Job mal abgelehnt werden. Was soll man machen? Überprüfen wir alles. Nicht, dass hier wer rumschleicht. Weiter. 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 So, die Jungs sind Tumor down. In your face, bitche. Aber jetzt ein bisschen unfair ist gerade. Wunderbar, ein Schlüssel haben wir nämlich. Lack ausschlüsselt. Sehr gut. Okay. Okay, hier ist nichts weiter. Aber hier. Ich gucke mich mal gerade so ein bisschen um. Wer weiß, wer weiß. Vielleicht gibt es hier etwas nicht ganz unnötig zu finden. Zack. Nehmen wir das mit. Und das ist ein Medikip gewesen. Das war sowas, was ich meinte. Was nicht ganz unwichtig ist. So. Dann können wir hier eine Tür aufmachen, weil wir haben ja den Schlüssel gefunden. Und alles verringert. Gut. Wenn wir noch eine Runde umgehen lassen. Es ist gleich Sparstunde. Das ist mit Robert. Bei wem kriegst du heute runter? Wer macht sich den Tempferner allein hierbleiben? Was weiß ich denn? Wir reden mit dem anderen. Okay. So, warten, bis der komplett drin ist. So. Ah. Nicht so einfach. Nummer 1 ist schon mal down. Aber er hat keine Munition für uns. Gut. Die Frage ist, sind die hochgegangen oder sind die unten? Ich flasche den mal mit. Das hat ja eben sehr gut geklappt. Die ein bisschen abzulenken und dann zuzuschlagen. Okay. Ja. Gut, so funktioniert es mit dir. Shit. Hör mal, du schlägst nicht. Super. Munition mitnehmen. Okay, hat keine Munition für mich mehr. Wir bräuchten hier mehr Leute. Ja, definitiv. Wir sind mit dem neuen Weg. Ja, das stimmt. Los, zu dem Dock geht hier lang. Hopp. Ich würde mich trotzdem gerne mal noch umgucken. Das kann nämlich auch immer sein, dass es hier noch ein bisschen weiter rumliegt. Zum Beispiel, äh, Munition. Aber hier schauen wir nicht. Die sind jetzt voll. Okay. Okay. Auch hier hinten scheint sich nichts weiter Interessantes zu befinden. Gut, dann gehen wir mal weiter. Dann helfen wir unserer guten, der jungen Dame. Ich hab Jesses, ja, ne? Bei dir Tess, Tess. Wir sollen nur halten und nicht loslassen. Gut. Was haben wir denn von den Jungs? Oh, ich bin das einig. Dieser eingebildete Mistkerl. Mhm. Na gut, wenn ich jetzt... So, der erste ist schon mal da. Habe ich die gerade im Laufe? Habe ich die gerade im Laufe? Habe ich die gerade im Laufe? Den habe ich nicht. Okay. So, der erste ist weg. T-Stone. So, netter Mann. So. Habe ich das hinten nicht immer noch einmal. Irgendwas gewollt. Ich brauche Munition. Ich habe nur drei Schuss noch. Das Medikidverkehr. Ich habe mich mal gerade kurz komplett. Komm mal her. Komm mal her. Ja, perfekt. Die Waffe nehme ich mal mit. Sicher ist sicher. Perfekt. Wunderbar. Ich meine, das ist wahrscheinlich noch ein paar Leute hat. Das ist klar. Was haben wir hier. Oh, ein Backstein. Oder haben wir gerade alle down? Das ist ja. Ja, das ist ja noch ein paar Leute. Ich gucke mich heute noch mal hier rum. Ein Messer ist eine Lautdose, aber sehr gut, wir nehmen das Messer mit. Gut, dann weiter. Nicht? Nicht? Hau endlich ab! Hau ab! Robert! Hier lang! Ich habe die Berechnung. Verdammt. Ja, deine Waffe ist ja los, Kollege. Doch. Scheiße, verdammt! Hat dich vermisst? Hör zu, was immer hier gehört hat, das stimmt nicht, okay? Ich will das nur sagen. Die Waffen, willst du uns sagen, wo sie sind? Hör zu, lass mich einfach rausreden, okay? Fuck! Stopp! Stopp! Hör auf zu jammern. Hör zu, was? 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 Wie bitte? Ich hatte keine Wahl, ich hatte Schulden bei jemandem. Und zwar bei uns. Ich würde sagen, du hast dich verzockt. Hör einfach nur mehr Zeit. Gib mir ne Woche. Das hätte ich vielleicht, wenn du nicht versucht hättest mich umzubringen. Wer hat die Waffen? Ich kann nicht. Gib mir ein paar Tage und... Ah! Verdammt! Wer hat unsere Waffen? Die Fireflies. Wir sind bei den Fireflies. Hey. Was? Wie hat das alles sein können? Wir sind alle so gut wie tot. Wir können doch einfach hingehen und sie zusammen erledigen. Wir holen die Waffen. Und was meint ihr? Kommt schon! Scheiß auf die Fireflies! Schnappen wir sie uns! Das ist ne Scheißidee. Okay. Und was jetzt? Wir holen uns unsere Ware zurück. Wie? Keine Ahnung. Wie erklären es ihnen? Na dann? Suchen wir die Fireflies. Dann müsst ihr nicht lange suchen. Bitte sehr. Green Fireflies. Was wollt ihr hier? Geschäfte. Das sieht schlimm aus. Wo ist Robert? Kaputt! Ich wollte ihn leben. Ich wollte ein Leben. Die Waffen die er euch gegeben hat das waren leidern nicht sein. Ich will sie zurück. So läuft es nicht erst. Und ob es so läuft. Ich hab' sie bezahlt. Du willst sie zurück? Dann musst du sie dir verdienen. Hm. Wie viele Karten willst du dafür haben? Lebensmittelkarten sind mir egal. Ich muss etwas aus der Stadt schmuggeln. Ihr macht das und ihr bekommt die Waffen und mehr. Hast du sie denn überhaupt? Das heißt, das Militär hätte euch fast ausgelöscht. Ja, das stimmt. Ich zeug euch die Waffen. Ich muss hier weg. Was sagt ihr? Ich will die Waffen sehen. Halt mir. Wir müssen hier weg. Sofort. Ihr wollt den Deal? Dann los. Ja, aber hopp hopp. Ich weiß einen Ausweg. Komm. Keine Pfaffer. Oh, schubt sie doch weg. Oh, schubt sie doch weg. Was glaubst du, warum ich euch fragen muss? Hier lang. Warum jetzt? Wir waren ruhig. Wir wollten die Stadt verlassen, aber wir brauchen Schulden. Wir wollten uns produzieren. Wir haben es wohl geschafft. Wir mussten uns verteidigen. Schauen, hilf mir doch mal. Geht nicht auf die Tür, oder was? Oder so. Hey, hältst du das noch durch? So, wir haben hier vielleicht ein Messer. Und jetzt machen wir Feierabend, liebe Leute. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder bei Let's Play Blasterfass. Und dann, ja, schauen wir mal, was sich so ergibt. Wie das Ganze hier weiterläuft. Finden wir die Waffen, sehen wir die Waffen, können wir in die Militären kommen. Oder gehen wir genau anders runter. Bis dahin und auf Wiedersehen bei Let's Play Blasterfass. Let's Play Blasterfass. Let's Play Blasterfass. Let's Play Blasterfass.